Hey, kamst du schon niemals auf die Idee, einen 2D-Charakter in Blender zu zeichnen und ihn danach zum Leben zu erwecken? Wenn nicht, bist du hier bei dieser Folge genau richtig, denn mein Name ist Lars und das ist eine weitere Ausgabe unserer Serie The Blender Creations, in der wir dieser Woche das Thema Crease Pencil aus unserer Hauptserie The Blender Guide nehmen und einen 2D-Charakter malen, ihn riggen und animieren und uns überhaupt die Frage stellen, ob das Ganze funktionieren kann oder nicht. Wenn dich das jetzt schon interessieren sollte, lasst doch gerne hier schon mal einen Daumen nach oben auf dem Video hier da, abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und aktiviere die Glocke, damit auch alle Videos bei dir in der Abo-Vox landen. Würde mich wirklich freuen, so kurz für den 1000 Abonnenten euren Support zu bekommen und schreibt doch auch ansonsten mal in die Kommentare, inwiefern du schon mal mit 2D in Blender gearbeitet hast. Ansonsten sage ich jetzt schon mal viel Spaß bei diesem Video, ich bin mir sicher, das wird euch gefallen. Wir wollen heute einen 2D-Charakter zum Leben erwecken und um das zu machen, müssen wir ihn zuerst mal malen. Deswegen den Würfel direkt auswählen und über X-Delete löschen. Als nächstes nehmen wir uns erstmal von der Position her die richtige Seite. Bei einem möglichen Export des Ganzen sollten wir immer in Plus-Y schauen, und deswegen nutzen wir hier nur malen Block 1 und nur malen Block 9, um von Plus-Y Richtung Minus-Y nach hinten zu schauen, sodass jetzt X nach links positiv wird und nach rechts Minus wird. Z bleibt gleich mit oben Plus und unten Minus. Jetzt brauchen wir schon unsere neue Art von Objekt und hier nehmen wir in dem Falle über Shift-A den Grease Pencil und zwar ein Plank Object. Ein komplett leeres Objekt, was wir jetzt nutzen können zum Malen von was auch immer wir möchten. Das kann ein Strichmenschen sein, das kann ein Tier sein, ein Mensch oder auch eine Fantasy-Kreatur. Was auch immer euch einfällt, könnt ihr jetzt in dem Falle malen. Und dazu müssen wir zuerst oben links hier von Object-Mode umschalten, auf den Draw-Mode. Wir bleiben hierbei mal im Playout-Tab gerade, damit ihr unten links nach wie vor die Key-Bindings habt, in dem Falle bei den einzelnen Aktionen, die ich mache, und sehen könnt, was wann wie gemacht wird. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir malen wollen. Und hier zoomen wir erstmal ein bisschen heran, denn wir wollen jetzt erstmal eine Größe bestimmen. Und ich würde sagen, für einen, sagen wir mal, Strichmenschenartigen Charakter, nehmen wir hier oben diesen Punkt, das ist die 2 Meter Höhe. Das heißt, alles hier unten drunter können wir als Raum nutzen, um uns circa Gedanken zu machen, was oder wie groß er allgemein sein soll. Um uns jetzt eine Hilfe zu machen, können wir beim Grease Pencil hingehen und direkt einen neuen Layer machen. Wir bleiben hier unten erstmal auf dem unteren Layer, das ist der Basis-Layer, auf dem wir jetzt malen können, und hier würde ich ganz gerne einfach nur ein Rechteck ziehen, um als Referenzpunkt eben richtig zeichnen zu können. Wir nehmen also links das Box-Element aus der Toolbar über T heraus, und wenn wir auch hier das Ganze mal etwas breiter ziehen, seht ihr hier auch die Namen eingeblendet. Also, das Box-Tool wollen wir haben, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Subdivisions hier oben bestimmt, wie hochauflösend das generierte Tool eben ist. Also wenn wir ein Viereck ziehen, und wir haben dann auf Subdivisions, gibt es mehr Vertices, wenn wir das reduzieren, also wieder auf 0, haben wir halt deutlich weniger, und wirklich nur diese vier Polygone. In unserem Falle hier ziehen wir uns also von dem Punkt hier oben, also von der blauen Achse 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach links gehend, hier einmal das Ganze beginnend, und wir gehen hier durch und machen hier unten auf der roten Achse 1, 2, 3, 4, 5, 6, so als grobe Referenz eben für die Größe unseres Charakters. Und mit Enter bestätigen wir dieses gemalte Rechteck. Jetzt sehen wir schon hier das Erste, was eingefügt wurde, und zwar unser Rechteck. Oben rechts können wir jetzt über die Statistiken hier mal sehen, wie viele Polygone generiert worden sind. Und hier sehen wir ganz klar, wir haben einen Stroke, das ist das Viereck, also die Box, und die hat vier verschiedene Points, nämlich die Eckpunkte eben. Jetzt wechseln wir einen Layer nach oben auf den zweiten, denn das ist der, auf dem wir nachher den Charakter erstellen wollen. Den unteren können wir hierbei über das Schlosssymbol sperren, dass hier drauf bloß keine Änderungen mehr passieren. Jetzt haben wir also hier unseren Hauptlayer, den wir auch per Doppelklick anklicken können und dann umbenennen könnten zu Character. Auf dem Character Layer können wir jetzt unsere Strichmännchen einfach malen. Und das machen wir genauso simpel, wie es auch klingt, denn wir holen uns nichts anderes, als hierbei einen Circle. Der Circle soll hier oben den Kopf repräsentieren, und zwar an der Stelle hier circa. Jetzt erkennt ihr natürlich auch, dass dieser schwarze Strich etwas durchsichtig ist, das müssen wir in dem Falle korrigieren. Wir drücken nochmal Escape zum Abbrechen und ziehen hier oben die Strengths auf 1 nach oben. Den Radius könnten wir auch hochschrauben von zum Beispiel 20 auf den Wert 60, und wir machen das Ganze nochmal. Von hier oben ausgehend, bis circa hier hin, und dann haben wir hier das Ganze drin. Die Positionierung können wir noch anpassen, in dem Falle, bis sie uns gefällt, und dann können wir auch hier das Objekt noch verschieben und passend bewegen. Machen wir ihn mal jetzt hierbei so groß von der Kopfposition her, dass es etwa rund ist. Dann schnappen wir uns die Line, die wir haben, nachdem wir mit Enter bestätigt haben, und jetzt nehmen wir das Line-Tool und ziehen hier erstmal den Hals und den Körper hier nach unten. Nur bedenkt hierbei, wenn wir diesen Körper ziehen, müssen wir vielleicht die Subdivisions erhöhen oder verringern. Denn bedenkt, ein geriggtes Mesh hat mit mehr Points und in dem Falle mehr Polygonen auch ein besseres Rigging möglich. Wenn wir jetzt hingehen und mal Escape drücken, sehen wir schon, dass hier der Kreis 98 Polygone hat, das sind 96, und ja außen drumherum eben das Ganze hier sind 4. Also wir sind in Summe bei 100 Points. Wir nutzen also die Line hier und malen auch hier mit dem Hals einfach einen Strichmenschen bis nach hier unten hin, circa auf diese Höhe hier. Und gucken mal mit 6 Subdivisions bei Enter, dass eben hier nur 8 Polygone hinzukommen. Ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, deswegen Steuerung Z und wir machen hier mit Subdivisions mal hoch auf 12. Wir wiederholen das Ganze wieder mit der Line und ziehen die nochmal von hier oben aus nach unten bis circa hierhin. Wieder mit Enter bestätigen und wir kriegen jetzt hier in dem Falle 14 Punkte. Auch nicht viel mehr, aber sollte erstmal ausreichend Grund legen. Die Beine werden hierbei ähnlich. Einmal von hier aus in der Mitte nach links ziehen das Ganze bis circa hierhin und Enter drücken und nach rechts hier drüber genauso. So. Die Arme kriegt natürlich hier oben auch noch und zwar circa auf der Höhe hier. Einmal nach links auf diesem Punkt hier, Enter und einmal von der Mitte ausgehend nach rechts auf diesen Punkt hier drüben und zwar einfach hier mit Enter bestätigen. So. Simples Strichmenschen und jetzt nehmen wir noch das Draw Element hier oben und machen noch mit dem Radius hier einmal ein Auge hier hin, ein Auge hier hin und wir ziehen noch einen simplen Mund hier durch. So. Sehr einfach für unseren Charakter, aber mehr als das brauchen wir nicht. Denn jetzt habt ihr schon gesehen, wir können also auf verschiedenen Layern in dem Falle hier unseren Charakter malen und ihn auch passend in dem Falle mit Größen und Referenzpunkten hier zeichnen. Und bestimmt fragt ihr euch gerade, das ist ja jetzt wieder viel Aufwand. Kann man nicht auch wieder die halbe Arbeit sparen und irgendwie einen Mirror Modifier nutzen hierfür, dass wir links malen, was auch rechts erscheinen soll? Genau das funktioniert beim Zeichnen auch, denn ich habe euch das vielleicht bei der Blender Guide Folge nicht gesagt, aber ihr habt vielleicht gesehen, auf der rechten Seite hier gibt es den Schraubenschlüssel-Tab. Das sind die Modifier. Und wenn wir jetzt hingehen und hier Add Modifier drücken, haben wir weniger als in diesem Falle bei den Meshes. Es sind auch neue dazugekommen. Und wenn wir jetzt hingehen und hier schauen, wir haben den Mirror Modifier und wir wenden ihn an, dann ist unser Mesh auf einmal wieder doppelt so viel, doppelt so umfangreich und wir haben auf beiden Seiten das Gespiegelte der jeweils anderen Seite. Eigentlich ziemlich cool zu wissen. Nur in diesem Falle hier sparen wir uns den heute mal. Wir wollen es wirklich, wie gesagt, simpel halten. Jetzt mit dem Strichmenschen hier sind wir im Grunde schon fertig. Wir haben jetzt zwar keine ausgefüllten Flächen hier oder sonst irgendwelche tollen Designs, aber das hier reicht erstmal. Denn jetzt geht es darum, diesen 2D-Charakter, den wir jetzt gerade gebaut haben, wirklich als Crease-Pencil-Objekt zu lassen und mit ihm ein Rig zu erstellen. Und hier kommt der Protest der gleiche weder, wie beim 3D-Modellieren zugrunde. Denn wir wechseln vom Draw Mode hier oben in den Object Mode. Dann sehen wir, was hier gerade passiert ist. Als nächstes drücken wir Shift-A und wählen hierbei nicht mehr den Crease-Pencil, sondern die Armature unten drunter und nehmen den Single Bone. Und jetzt kommt das Gleiche, wie wir es schon kennen. Wir gehen mit dem Bone hier in den Edit Mode über Tab und wir schieben ihn zurecht. Einmal bis hier hin, dann direkt mal hier unten unterteilen, hier nochmal ein Stück bis dorthin, hier ein Part bis dorthin, den Arm hier über X nach drüben, immer mit EX-Truden, dass wir eben hier relativ viele Bones bekommen. So können wir auch Bones wieder auflösen zum Beispiel und hier ganz viele draus machen. So. Die Beine hier unten genauso in diese Richtung und auch einmal hier hin und et voilà, wir haben unser 2D-Character geriggt. Sehr einfach, sehr trivial. Und jetzt ist die große Frage, was ändert sich jetzt von hier aus im Vergleich zum 3D-Character? Die Idee ist es jetzt nicht, dass wir den Crease-Pencil in eine Curve umwandeln und die Curve in ein Mesh umwandeln, sondern wir wollen das Crease-Pencil-Objekt selbst in diesem Moment erstmal testweise animieren. Die Frage ist, kann eine Armature ein Parent von einem Crease-Pencil-Objekt sein? Beziehungsweise umgekehrt, kann ein Crease-Pencil-Objekt im Allgemeinen ein Parent haben? Die Frage beantworte ich euch. Und zwar verlassen wir mit Tab den Edit-Mode wieder, dass wir die Armature ausgewählt haben. Dann klicken wir auf das Viereck hier von unserem Crease-Pencil und wir drücken mit Shift-Links auf unseren Bone hier oben im Kopf. Und ihr seht schon, wie klassisch bei den Meshes das Äußere leuchtet komplett orange auf, die Armature hier ist jetzt komplett blau am leuchten bei mir und jetzt über STRG-P Set Parent to Armature-Deform mit Automatic Weights können wir tatsächlich einen Crease-Pencil einer Armature unterordnen. Nur wie kann das sein? Wie kann der Crease-Pencil überhaupt hierbei als Children mit wirklichen Weights ausgestattet werden? Wie schon bereits gesagt, sind in dem Falle Crease-Pencil-Objekte im Grunde eigentlich Curves mit besonderen Eigenschaften. Und falls ihr in dem Verlauf der Planner-Guide-Folge oder allgemein schon mal mit dem Herumexperimentieren genau drauf geachtet habt, ihr findet, wenn wir in die Object Data Properties gehen und wir ein Stück runter scrollen hier unten den Reiter Vertex Groups. Er hat zwar hier keine Shape-Keys, aber wir können die Vertex Groups hierbei nutzen und wir können diese Punkte, die an dem gezeichneten Objekt drinnen sind, einzelnen Gruppen zuweisen, eins zu eins wie beim Mesh. Und das dürfte euch doch die entscheidende Idee geben, dass Crease-Pencils in dem Falle nichts anderes wie gezeichnete Meshes sind. Und das ist doch spannend. Deswegen jetzt nochmal das Crease-Pencil-Objekt auswählen, Shift-Ling-Klink auf die Armature, Steuerung-P mit Automatic-Weights, ohne die Bones zu benennen. Und wir sehen hier unten, wenn wir das Objekt einmal auswählen, dass wir jetzt hier auf einmal die verschiedenen Bones, die eingefügt wurden hier, als Vertex Groups haben. Wir können auch nochmal Steuerung Z machen, die wieder trennen und die Bones umbenennen hier oben. Tab im Edit-Mode, hier oben, der wird zu unserem Head-Bone über F2. Das hier ist unser Neck-Bone. Hier haben wir den Arm-L. Wir müssen ja andersherum denken. Links ist rechts, rechts ist links. Hier haben wir Arm-R. Das hier ist unser Body. Das hier unten ist unser Leg-L. In dem Falle wieder L. Und hier haben wir unser Leg-R. So, nochmal. Das Crease-Pencil-Objekt, Shift-Ling-Klick auf die Armature, Steuerung-P, Set Parent to Object, mit Armature-Deform-Automatic-Weights. Und wir haben jetzt wieder die Vertex-Groups mit den richtigen Namen der Bones hier unten eingetragen. Und jetzt, ihr kennt es, wir wählen die Armature aus und wir gehen von Object-Mode hier oben in den Post-Mode. Und wir schauen an, was passiert. Einen Bone auswählen. Hier oben den Individual Origin am besten auswählen. Und wir drücken mal R für rotieren. Und siehe da, ihr könnt jetzt euren 2D-Character genau wie einen 3D-Character im 2D- oder 3D-Raum in dem Fall animieren. Kopfbewegungen hier klappt mal besser, mal schlechter. Und wenn ihr schon seht, dass hier was komisch ist, habt ihr natürlich die selben Tools wie zuvor. Und zwar könnt ihr auch Weight-Painten. Klingt total bekloppt, ich weiß, aber es funktioniert in dem Falle wirklich genauso. Denn, jetzt ist die Idee folgendes. Wir schnappen uns den Head-Bone hier und wir wechseln von Object-Mode in dem Falle entweder in den Edit-Mode, wo wir die zuweisen könnten, oder in den Weight-Painting-Mode. Und ihr seht schon hier, guckt mal an, die einzelnen Vertices haben jetzt hier ihre Farbe. Es ist nicht wie in einem 3D-Mesh, dass man erkennt direkt, dass jetzt zum Beispiel hier genau genommen, die einzelnen Flächen des generierten Freeze-Pencils, oder des Meshs in dem Falle, farbig sind. Nein, es sind die Vertices wirklich genau in dem Falle gefärbt. Und die nutzen wir jetzt. Wir wollen hierbei alle Vertices vom Kopf hier oben, die wir hier sehen können, rot einfärben. Deswegen Weight mit der Strength von 1, Radius ruhig ein bisschen hochballern hier und einfach einmal drüber pinseln, bis hier alles wirklich knallrot ist. So. Und so einfach kann Weight-Painting in 2D gehen. Wir haben alles fertig, wir gehen zurück hier in den Object-Mode und jetzt nochmal mit der Armature ausgewählt hier, in Post-Mode gehen und jetzt diesen oberen Head-Bone über R für rotieren und dann eben hier 1, 2, Z-Achse können wir auch machen. Huiiii! Oder eben so können wir ihn drehen. Da haben wir einen 3D-Character, als 2D-Character, jetzt als Crease-Pencil-Objekt, fertig gemalt, ingeriggt und sogar gewaitpainted. So einfach geht's. Und wenn ihr natürlich rendern wollt, es ist das klassische Schema, wie zuvor auch schon. Ihr nehmt eure Kamera, ihr platziert sie, wenn ihr sie ausgewählt habt, in dem Falle passend von dort aus, wo ihr sie sehen wollt, und zwar im Object-Mode hier oben umschalten, die Kamera auswählen und dann zum Beispiel hier mit Steuerung Nummern Block 1 von dieser Ansicht hier und dann eben mit Steuerung Alt Nummern Block 0 die Kamera hier hinsetzen und mit F12 einmal rendern. Da ist unser Character, den wir jetzt in dem Falle auch animieren können, wie gesagt, nur der Rahmen außen ist vielleicht etwas nervig. Um diese vierkige Outline loszuwerden, gibt es jetzt zwei Wege. Das eine ist, hier unten seht ihr dieses Schloss, das können wir wieder entsperren und dann das Auge daneben drücken. Wenn wir jetzt F12 drücken für den Render, ist es schon weg. So einfach geht's. Wenn ihr dieses Rechteck gar nicht mehr braucht, könnt ihr auch hingehen, es aktiviert lassen und mit dem ausgewählten Layer mit Tab in den Edit Mode gehen. Denn jetzt kriegt ihr nämlich hierbei die einzelne Auswahl der Vertices wieder hin. Und zwar könnt ihr jetzt natürlich hier drin einfach Polygone auswählen, die ihr halt nicht mehr haben wollt und in dem Falle auch wieder löschen. In dem Falle hier oben nehmen wir den Eckpunkt unseres Vierecks und genau wie beim 3D-Charakter Steuerung L für Select All Linked Objects, in dem Falle alle Polygone, die zu diesem Rechteck gehören, auswählen und über X, Delete Points, Strokes, Frame, Dissolve, Dissolve Between, Dissolve Unselect, Delete Active Keyframe oder Delete Active Keyframe All Layers in dem Falle hier, können wir jetzt wieder arbeiten. Wir wollen nur die Punkte löschen, deswegen das hier wäre ausreichend oder auch den kompletten Stroke. So schnell geht's und so schnell könnt ihr einen 3D-Charakter bauen. Und jetzt habt ihr sogar zwei Sachen, die zusammenspielen hierbei sind. Denn jetzt könnt ihr mit der Animation-Timeline hier unten nämlich euer Rig animieren wieder. Ihr nehmt in dem Falle, klassisch wie zuvor, Object Mode, und schnappt euch eure Armature hier, wechselt hier oben links in den Post Mode und dann einmal alle Bones auswählen und dann E für Insert Keyframe für Location, Rotation and Scale und dann könnt ihr unten euch bewegen, zum Beispiel zu Frame 60 und auch hier meinetwegen den Arm einfach über RY hochbewegen hierhin und dann auch hier wieder mit A für alle auswählen, E für Insert Keyframe, Lock Rot Scale und dann diesen Key eben speichern. Wenn wir jetzt mal in dem Falle hier alle Overlays deaktivieren, sehen wir mal, wie das Ganze aussieht. Wir fangen hier bei Webframe 1 an, weil dort auch die Zeichnung beginnt und wir drücken mal Play. Und jetzt seht ihr, wie das Ganze funktionieren kann. Hier ist jetzt gerade das Ganze etwas blöd gemappt, weil die Virtusys hier in der Mitte von der Line eben sowohl zu dem Body Bone als auch zum Left Arm Bone als auch zum Neck Bone gehören. Da ist halt Optimierungsbedarf. Aber ihr könnt so in der Form jetzt eine Strichmännchen nehmen und es animieren. Und fürs Rendern noch ein letzter Hinweis. Wenn ihr mit eurer Animation komplett zufrieden seid, ihr habt das Weight Painting gemacht, das Rigging steht alles einwandfrei, kein Problem, dann geht ihr hin auf der rechten Seite unter dem Drucker-Symbol hier oben wählt eure Render-Resolution aus, wie viele Frames pro Sekunde das Video haben darf. In meinem Falle hier gerne 60 und ihr könnt auch hier unten Displayback nutzen zum Checken. Bei 60 FPS haben wir eben das hier in einer Sekunde die Bewegung in dem Falle Start- und End-Frame einstellen, hier unten Output konfigurieren, den Folder und in welchem Dateiformat eben gerendert werden soll. Jetzt meinetwegen hier FFmpeg-Video, dann hier Encoding aufklappen und alles konfigurieren, was ihr hier konfigurieren wollt. Und zum Abschluss eben entweder über Steuerung F12 oder hier oben über Render und Render Animation euren Charakter beenden. Das ist der Workflow, den ich euch zeigen wollte mit dieser Folge der Blender Creations. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja, lasst gerne jetzt noch mal einen Daumen nach oben kurz da, abonniert unseren Kanal, um uns zu unterstützen und ich sag, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Fragen. Gerne ab in die Kommentare damit und wir sehen uns beim nächsten Video oder bei diesen beiden hier auf der rechten Seite. Bleibt mir gesund, und bis zur nächsten Folge der Blender Guide oder Blender Creations. Bye, bye.